Diese Karte, sie passt nicht zu dir. Deine eigene Meinung sei dir gegönnt. Aber wenn ein Fremder eine Karte kritisiert, die ich für jemanden ausgewählt habe... Dann würde ich ihm gern zeigen, wie sehr er sich irrt, wenn er es wagt, meine mit Verstand gefällten Entscheidungen anzuzweifeln. Zora! Das ist lächerlich! Aufhören! Und zwar ihr beide! Julia! Wo ist er hin? Ja, ich will ihn mir vornehmen. Er ist weg. Susu! Geht's dir gut? Er ist verschwunden. Und zwar schon wieder. Diesmal war er aber nicht allein. Sein Komplize sagte, dass ich Lulu wäre, während er meinte, ich wäre es nicht. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Ich erschauere das nicht. Ich verstehe nicht, warum mein Armband leuchtet. Oder warum Leute verschwinden, wenn du auftauchst. Susu. Deine Karten. Ich hebe sie auf. Hier. Da ist der L.I.D. Laster! Julia, reiß dich zusammen. Julia! Julia! Du bist nicht der Einzige, der wütend ist. Ich werde jetzt etwas unternehmen. Ich spüre, dass sich jetzt etwas an ihm verändert hat. Der andere muss übernommen haben. Jetzt bin ich am Zug! Ziem. � bater. Ich bezeuge dich. Und wenn ihr inon勝ch 중, antid Wor vit. Ich habe einen Perfurt. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin.